Ich habe geschrieben, auch auf Twitter, dass ich gespannt bin, habe bis jetzt noch nichts gesehen. Er hat es gemacht, er hat es mir geschickt, ich zeige es dir. Es sieht wirklich, naja, aus, sag ich mal. Wahnsinn. So sah er vorher aus. Ja, sieht geil, aber so schlecht aus. Ja, vorher. Fühlst du dich ein bisschen verantwortlich dafür? Ja, also er hat das ja geschrieben und ein Mann, ein Wort. Er hat sein Versprechen gehalten, finde ich cool. Ja, du musst der nächste Mal aufpassen, was er twittert. Ich glaube, wir treffen uns morgen, machen ein schönes Bild und ich schenke dem dann ein Trikot von mir. Ein Schalker, ein Wort. Hut ab für diese Frisur.